Oh, was hab ich denn hier aus dem Lucky Block bekommen? Guckt euch das mal an, ein mega cooles Schwert! Damit geh ich jetzt sofort jemand umschnetzeln! Und wer traut sich ein Eins gegen Eins gegen mich zu machen? Kommt her! Wo sind meine Gegner? Moment mal, meine Gegner wollen zu mir? Da muss ich zu den Gegnern rüber! Hey, wo seid ihr? Oh, warte mal, das ist ein Mädchen, Moment mal! Hä? Dieses Mädchen? Das ist doch Emily! Hey, Emily, was machst du denn hier? Äh, Lami, was machst du denn hier? Alter, was ist das denn? Oh Gott, das ist meine Geheimwaffe, aber willst du noch eine viel coolere Waffe sehen? Deine Geheimwaffe? Oh Gott, oh Gott! Warte mal, das ist deine andere Waffe? Äh, ja, ganz genau! Wow, was macht der denn? Oh, oh, wir wurden umgeschnetzelt, Emily! Aber, hey, Freunde, ich bin's Lami, willkommen zu einem neuen Video von mir! Und Leute, wie ihr gerade seht, wir öffnen heute Lucky Blöcke zusammen mit der lieben Emily! Oh, ja, ich freu mich schon so, aber Lami, warte mal, sind jetzt unsere Sachen weg? Ähm, tatsächlich, die sind alle weg, oh Gott, oh Gott! Aber, Freunde, ihr müsst diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren und die Glocke aktivieren! Und vergesst natürlich nicht, einen netten Kommentar zu schreiben über mich oder Emily, dann bekommt ihr auch ein Herz von uns! Und, Freunde, wenn ihr das alles getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Lami-Army! Aber, Freunde, ich öffne jetzt einfach mal den nächsten Lucky Block und ich bekomme... Oh, wow, was ist das denn? Alter, Emily, ich habe auch eine Pistole bekommen! Oh, ich habe leider keine Pistole, nur so einen doofen, äh, Wolfsschwanz! Alter, Leute, ich habe mega die krasse Waffe! Warte mal, was bekomme ich jetzt noch? Und, oh, was ist das? Oh, was ist das denn, Emily? Wow, ich habe einen, ich habe einen Grappling-Hook bekommen! Ich kann mich einfach dranziehen damit! Oh, warum kriegst du denn so coole Sachen? Wenn ihr wollt, dass wir diese ganzen anderen Lucky Blöcke öffnen, dann lasst genau jetzt einen Daumen nach oben da, dann können wir diese pinken Lucky Blöcke öffnen! Oder, oh, wow, Regenbogenblöcke! Die müssen wir natürlich auch öffnen! Aber, Freunde, das machen wir nur, wenn ihr das auch wollt! Deswegen, Emily, lass uns jetzt endlich kämpfen! Oh, ja, eine Sekunde, so, einen Lucky Block öffnen! Was ist da denn in der Mitte, Emily? Da gibt es irgendwas zu gewinnen oder sowas, äh? Nein, verschwinde! Ah! Das war's mit mir! Die Schnetzel will ich mit einem Schlag um, Emily! Ich habe gar keine Chance, ey! Oh, ich habe ein bisschen Angst vor dem! Du hättest ihn direkt mit der Waffe abschießen müssen! Oh, der war einfach viel zu schnell! Aber jetzt habe ich Shurikens! Jetzt, jetzt entkommt mir niemand mehr! Oh Gott, oh Gott, Lamy! Pass trotzdem auf dich auf! Dieser Typ ist doch verrückt! Alles klar, ich versuche einfach irgendwie einen Lucky Block zu bekommen von der Mitte und, äh, warte mal! Hä? Ich mache den kaum Schaden, Emily! Äh, ich habe auch gesehen! Der hat sich direkt wieder umgeschnetzelt! Oh Mann, oh Mann! Ey, dieser Fiesling! Freunde, den müssen wir gemeinsam umschnetzeln! Oh, wow! Was habe ich denn hier bekommen? Guckt euch mal diese Waffe an! Oh, ich glaube, damit bin ich der Krasseste hier! Und, komm her! Wow, ich habe einen Pfeil und Bogen bekommen! Das ist total unfair, ey! Der schnetzelt uns alle mit einem Schlag um! Oh, wirklich? Wir müssen den jetzt mal besiegen! Okay, warte mal, vielleicht können wir ja ein Team machen! So, ich bekomme jetzt, äh, äh, warte mal! Ich glaube, ich habe eine Bombe oder sowas bekommen! Oh, Lamy, der will, glaube ich, in meine Base rein! Schafft er das? Warum schafft er das? Oh Gott, oh Gott! Du musst ihn ablenken! Oh, ich habe es wirklich geschafft! Und, warte mal, kommt er zu mir? Komm schon! Und, oh, oh Mann, oh! Warte mal, vielleicht treffe ich ihn ja noch! Und, äh... Was ist denn hier passiert? Lamy? Hä? Was hat er gemacht? Der ist ja viel zu OP für uns! Oh, Freunde, ich glaube, das wird nichts! Wir bekommen den niemals weg, ey! Der ist wie ein kleiner Hacker! Und ich habe einfach keine Lucky Blöcke mehr! Oh Mann, aber in der Mitte gibt es so Lucky Blöcke, die will ich unbedingt haben! Ey, aber der lässt mich einfach nicht dran! Okay, Lamy, wir müssen wirklich zusammenarbeiten! Ah, lass mich in Ruhe! Oh Mann, oh dieser Blödmann! Oh, Emily, ich glaube, wir müssen uns wirklich einen Plan überlegen! Und irgendwie müssen wir in die Mitte kommen! Oh, was ist das denn? Oh, warte mal! Lamy? Ich habe einen Ballon, ich kann fliegen! Ich habe einen Eisbär bekommen! Mein Ballon ist kaputt gegangen, glaube ich, oder? Oh Gott, oh Gott! Was passiert hier jedes Mal, wenn ich aus der Tür gehe? Dann macht er mich kalt! Äh, irgendwie mein Ballon... Irgendwie steckt mein Ballon hier fest, ey! Oh Mann, oh mein Ballon steckt hier einfach in der Brücke fest, Emily! Damit kann ich ja gar nichts anfangen! Was ist denn hier passiert? Was... Kann ich da vielleicht reingehen? Oh, Moment mal! Oh, warte mal! Warte mal! Vielleicht kann ich jetzt nochmal neu machen! Nein, 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 nein! Oh, das war knapp, Emily! Ich habe überlebt! Oh, was passiert da? Moment mal, was passiert da, Emily? Los in die Mitte! Oh Gott, Lamy! Oh! Da kommt... Hä? Sind da Schneebälle? Ich kann nichts versehen! Nein, ich bin gestorben! Was ist das denn? Oh, wow! Was passiert da? Äh, Lamy, das ist eine gute Frage! Ich gehe jetzt einfach in die Mitte! Oh, warte mal, ich hole mir eine Waffe und jetzt gehe ich auch in die Mitte! Emily, los! Warte mal, ich schnappe dir die ganzen Lucky Blöcke! Äh, was ist das denn? Eine Geige? Was soll ich denn mit einer Geige? Oh Gott, oh Gott, pass auf, Emily, hinter dir! Oh, das war's mit mir! Und komm schon, ich muss jetzt einen Lucky Block nehmen! Okay, Emily, wir machen das jetzt gleichzeitig, okay? Oh, Lamy, der ist aber wieder in der Mitte! Und ich habe nur ein Hufeisen und einen Hut! Äh, einen Hut? Oh, den kommt zu mir! Lenk den ab, Emily, los! Du musst ihn ablenken! Oh Gott, oh Gott, bitte, 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 kriege ich einen Lucky Block! Oh, warte mal, die sind noch alle gesperrt, Tara! Äh, Lamy, der kommt zu dir! Nein, oh, Manno! Aber Freunde, falls ihr wollt, dass ich mit Robux vielleicht so einen Regenbogenblock kaufe oder Galaxy-Blöcke, dann müsst ihr auf jeden Fall die nächsten Videos abchecken, dann mache ich das gerne für euch! Und dann kann ich noch ein paar Robux verlosen, wenn ihr wollt! Und dann haben wir auch so OP-Items, Emily! Oh ja, und dann machen wir diesen Blödling fertig! Moment mal, was habe ich denn hier bekommen? Hä? Ich habe ein Lama bekommen! Das ist Lamy, das Lama! Äh, okay, und was habe ich bekommen? Das sieht aus wie eine Wasserpfeife! Guck dir das mal an, ich kann einfach das Lama reiten! Oder ist es ein Alpaka? Ich weiß es gerade nicht! Oh, Lamy, ich habe so Angst vor dem! Oh Gott, oh Gott! So, zack, einmal hier über die Brücke und jetzt geht's los, Emily! Guck dir das mal an! Und ich gehe in die Mitte! Und, Moment mal, warte mal, vielleicht bekommen wir die ganzen Lackenblöcke jetzt! Oh, pass auf, Emily, der ist hinter dir! Oh, oh, Lamy, lass mich auf den Lama drauf! Hier komme nur ich drauf! Oh, Emily, nein, der rennt mir hinterher! Oh Gott, oh Gott, ich muss verschwinden! Der hat meinen Lama umgenietet! Emily, die müssen jetzt besiegen! Das können wir nicht mehr durchgehen lassen! So, zwei neue Lucky-Blöcke und... Oh, warte mal, was ist das denn für eine Laserwaffe? Ich... was... was ist das, Lamy? Was ist das? Ich glaube, ist das eine Wasserpistole? Ich habe keine Ahnung! Oh Gott, oh Gott! So, ich achte mal den zweiten Lucky-Blöcke! Nein, oh, lass mich doch in Ruhe! Du bist so gemein! Oh Gott, oh Gott, Freunde, wir müssen wirklich diesen gemeinen Typ in der Mitte einmal erledigen! Oh, Lamy, wir gehen jetzt zusammen auf den drauf! So, Emily, ich glaube, die nächsten Lucky-Blöcke können wir jetzt schon nehmen, oder? Oh, warte mal, komm schon! Du bekommst mich nicht! Oh, nein, ich werde dich umschnetzeln! Wo ist er? Emily, der hat noch ein paar Leben! Und, komm schon, schieß ihn ab, oder sowas! Oh Gott, oh Gott, ich habe doch keine Waffe, Lamy! Oh, warte mal, wann... Oh, was ist das? Oh, was hat er denn jetzt mit mir gemacht? Der hat mich verzaubert, oder so! Was ist das denn für einer, der schon viel von der Welt runter... Lamy macht den kalt! Aber, Freunde, falls ihr einen zweiten Teil sehen wollt, von den ganzen Lucky-Blöcken, und wie wir vielleicht die ganzen anderen Lucky-Blöcke öffnen, wie zum Beispiel den pinken Lucky-Block jetzt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst, und dann würde ich sagen, Emily und ich machen jetzt auf jeden Fall den zweiten Teil, wenn ihr den sehen wollt, dann lasst, wie gesagt, einen Daumen nach oben da, und vergesst natürlich nicht, beim nächsten Mal einzuschalten, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Video wieder, und tschaui! Tschüss!